so na dann also noch mal von vorn modulator du hattest gefragt warum ich nicht so weit komme ja gerade wegen sowas hier manchmal manchmal hänge ich an stellen unnötig fest und komme nicht voran weil ich dran vorbeispringe am hausmeister sind wir übrigens vorbei modi und hops geht hoch ich verstehe so langsam ja hat ein jump in one elemente die gewissen jump in one elemente jump in one jump in one ist bei mir nicht ja ich erinnere mal an mein super mario let's play ist super mario ja felsen hervor programmiert ich und jump in one das klappt so nicht so erst hier dann hier ich habe es nicht so mit der 3d optik deshalb jetzt natürlich noch ja gut das müsste ich vielleicht mal bewegen so ja das gilt habe ich nicht wenn es falls hier und jemand gesehen will ist bei mir nicht vorhanden ich bin ehrlich ich wusste nicht mal dass das eben überhaupt möglich ist was eben das hochklettern oder das nebenan runterfallen neben der kiste runterfallen fast präzise eine kette hoch und jetzt ops sehr gut klummern da bist du noch da hast du schon ist schon abend brot essen gegangen du musst ja jetzt weg hast du gesagt okay wie soll man da hochkommen schubladen die tür müssen wir wieder steht wieder unter strom achso ja logisch nein 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 du mann da ist schon essen gegangen wie gesagt er muss um 18.30 essen gehen nicht mal verabschiedet hat er sich so das noch ein bisschen raus ziehen oh wei oh wei schon gerade klemmt ähm vielleicht können wir hier was machen können wir nicht ok nein nicht schieben so und jetzt da oben vielleicht noch die schublade raus ach je das ist ja auch manches zahlen mit der störung ist ja doppelt gemoppelt na komm kann ich hier vielleicht irgendwie die rätchen müssen wir doch hier hier jetzt an der schublade festhalten nicht die rausziehen jetzt weiter auf der dritten und zweiten links gut ähm irgendwie müssen wir doch hoch vielleicht können wir hier ok das können wir interessant das können wir auch mhm die können wir nicht rausziehen nein können wir nicht und jetzt können wir vielleicht jo und ja hier ist eine offen so ein paar zigaretten auflesen jetzt rettenstumme oh tops oh jetzt schnell durch na komm hier die zeit läuft über tickt durch den zaun na komm wahrscheinlich noch durch den zweiten zaun durch oder nicht nach licht nach licht wo jetzt der strom ganz aus oder was können wir die normen befreien können wir auch sehr gut das gewicht müssen wir vielleicht runter werfen höchstwahrscheinlich nicht selbst mit runter springen aha die geilen wahrscheinlich heranspringen mhm mhm jetzt gehen wir wieder runter was bringt's sind wir wieder hier aber das wollen wir doch nicht oder das wollen wir doch nicht oder sind wir wieder hier unten so mega kontraproduktiv sitzen wir wieder bei den duschen ok scheinbar soll das so jetzt ist der strom aus ah jetzt ist der strom aus jetzt können wir dadurch das geht dadurch nicht durch die nicht von den blutigen gefressen werden das ist schlecht nicht an heizt es hier das gitter aus verstehe jetzt können wir hier durch sehr gut save point aha ok hier können wir nicht hoch also hier lang aha das Auge das rätsel also wieder Glomander ist dann mal abends essen na dann guck mal Hunger dir Glomander ich mach hier noch weiter ja das ist gerade der beste Team überhaupt hier fünf Zuschauer bisher noch nicht so hier mal verstecken ok wir müssen hier den Putzwagen oder was ach du scheiße ok erstmal hier in die Kisten der Putzwagen ja ok in den Putzwagen verdammt verdammt ah Dreck das schaffen wir nicht mehr bitte nicht allzu weit weg wir müssen ein bisschen sprinten ok hier wachen wir wieder auf ok das ist machbar so hier so hier mal stehen bleiben na komm der Putzwagen oh nein 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 3D 3D da du weder Unge noch Ninja bist wir sind fünf Zuschauer absolut spitze ja für meine Verhältnisse hab ich doch gesagt hab ich auch nicht bezweifelt aha ah ah ok und jetzt sind wir hier pfuh fünf Zuschauer sind mega ich meine wir hatten auch schon mal neun Zuschauer bei Edna bricht aus waren es auch schon mal neun Zuschauer neun oder zehn Zuschauer das ist so das höchste der Gefühle also in einem Part hat man wirklich ach du scheiße ich muss vielleicht mal ein bisschen sprinten ja gut ja gut oh nö ja gut ähm müssen wir hier nochmal vorbei sprint ne gerade so noch warum ist das Kind eigentlich so lichtempfindlich hier ist noch Schatten ok dann müssen wir hier einmal rüber hier sind wir glaube ich safe ok jetzt sprint kleines Mädchen sprint ha sehr gut oh wei oh wei oh wei und hüpfen und hüpfen und hüpfen ach verdammt ja gut ja gut es braucht bei mir ein paar Versuche das schaffen wir aber heute noch mit dem Sprintknopf bin ich noch nicht so ganz vertraut mit dem Sprintknopf bin ich noch nicht so ganz vertraut sehr gut sehr gut sehr gut und jetzt hier runter und jetzt hier runter es tut jetzt sprint hopps und jetzt hier schon mal drauf stellen schon mal hier hoch schon mal hier hoch nein andere Richtung andere Richtung ach hopps mit dem Sprint wir machen das was ist das mit dem Sprinten Okay. Langschaftsrecht, das Gefängnis. Aha. Sind wir ausgebrochen. Aha. Safe Point speichert. Da wären wir. Treppe hoch. Wo sind wir denn hier gelandet? Eine lange, lange Treppe. Ins Licht oder über die Treppe hoch? Über die Treppe hoch würde ich sagen. Oder nicht? Na gut, versuchen wir ins Licht zu gehen. Schadet nicht. Aha. Da haben wir das Schublade-System. Okay. So, können wir hier irgendwie noch was? Nee, gar nicht. Oh, ein weiterer an oben. Ah, hier können wir hoch. Sehr schön. Tasse. Kaputt gemacht. Okay. Notfall. Oh, bob. Okay. Zach.